Hallo liebe Chartfans, hallo hier aus Düsseldorf. Mein Name ist Jörg Scherer und ich darf euch mal wieder in die Welt der Charts entführen. Es soll an dieser Stelle um spannende Kursverläufe, interessante Phänomene gehen. Und interessant ist derzeit ganz klar der DAX, der von einem Rekordhoch zum nächsten eilt. Wenn man durchzählt, hat er schon 26 neue Allzeithochs in 2024 realisieren können. Und dagegen hing der MDAX, also der kleine Bruder, die deutschen Midcaps spürbar hinterher. Und das ist sogar noch beschönigend ausgedrückt, denn über ein neues Rekordhoch muss sich der MDAX derzeit keine Gedanken machen. Wenn wir es konkret ausdrücken, notieren wir in der zweiten Reihe etwa 30 Prozent unter den Rekordständen, die mittlerweile auch aus dem Jahr 2021 stammen. 36.400 Punkte oder gut 36.400 Zähler ist es Rekordhoch im MDAX. Und da spielen wir im Moment doch noch in einer ganz anderen Liga. Und wenn man den Blickwinkel noch mal ein bisschen verändert, nur das Jahr 2024 betrachtet, dann hat der DAX bisher deutlich zweistellig zulegen können im bisherigen Jahresverlauf. Und beim MDAX steht gerade mal die schwarze Null zu Buche. Also spürbar zurückgeblieben und auch schon über einen längeren Zeitraum über die letzten Jahre spürbar zurückgeblieben der MDAX im Vergleich zum großen Bruder. Und das drängt natürlich oder dann drängt sich die Frage auf, hat denn der MDAX möglicherweise mal wieder Aufholpotenzial? Gibt es einen Silberstreif am Horizont, der die Erholung lostreten könnte? Und genau diese Fragestellung bringt uns zu einem langfristigen Chartverlauf und zwar ganz konkret auf Quartalsbasis. Also die letzten drei Monatsperioden haben wir zwei Hammer-Umkehrmuster ausgeprägt, also konstruktive Kerzenmuster. Und zwar auf Basis eines langfristigen gleitenden Durchschnitts. Das sind schon mal so zarte Pflänzchen Hoffnung oder zarte Indizien, dass der MDAX hier tatsächlich eine Trendwende vollziehen könnte. Dass sich zumindest das Sentiment gegenüber der zweiten Reihe ändert. Und diese Hammer-Trendwende-Formationen, die werden dann aufgelöst, wenn wir nachhaltig die Marke von 27.500 Zählern überwinden würden. Das ist also eine ganz große Signalmarke, denn die hat in den letzten Jahren immer schon eine Rolle gespielt. Und ich kann sogar ein bisschen weiter in die Historie blicken. In den Jahren 2017 und 2018 hat der MDAX hier tatsächlich auch schon mal wichtige und markante Hochpunkte ausgeprägt. Also ganz wichtige Triggermarke. Wenn die rausgenommen werden sollte, 27.500 Punkte, dann bricht sich das aufgestaute Erholungspotenzial beim MDAX möglicherweise tatsächlich Bahn. Wo könnte es charttechnisch dann hingehen? Es gibt ein ganz großes Etappenziel. Das ist eine alte, ehemalige Trendlinie, die aus dem Jahr 2009 stammt. Also Ausgangspunkt nach der Finanzmarktkrise, der Dreh im März 2009. Und diese Trendlinie verläuft derzeit bei gut 31.000 Zählern. Aber perspektivisch über den Tellerrand hinaus geblickt, durchaus auch ein Wiedersehen mit dem schon angesprochenen alten und bisher immer noch gültigen Allzeithoch beim MDAX von gut 36.400 Punkten möglich. Interessant ist in diesem Kontext dann auch noch mal der Blick auf die oder in die dritte Reihe. Ja, der MDAX, der ist nämlich schon einen Schritt weiter. Der hat das korrespondierende Signallevel schon rausgenommen und hat damit eine Bodenbildung tatsächlich schon abgeschlossen. Also in der dritten Reihe ist der Startschuss in Sachen Erholung oder Aufholpotenzial schon gefallen. Und das ist vielleicht so eine Indikation, dass es der MDAX an der Stelle der dritten Reihe auch tatsächlich nachmachen könnte. In der Summe derzeit lohnt sich möglicherweise charttechnisch ganz besonders der Blick in die zweite und die dritte Reihe, sprich auf MDAX und SDAX. Mal weg von den großen Auswahlindizes, von den großen deutschen Standardwerte, der Blick auf den MDAX und auf den SDAX möglicherweise ganz besonders vielversprechend. Das ist doch, glaube ich, ein schönes Schlussplädoyer und ein schönes Schlussfazit. Ich sage vielen Dank für euer Interesse, viel Erfolg bei den eigenen Tradingaktivitäten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss hier aus Düsseldorf. Untertitelung des ZDF, 2020